hallo liebe freunde willkommen zu einer folge von let's play league of legends ranked das game von der promo ja wir haben zwei verloren das macht nichts wir kommen bronzer ich habe damit gerechnet es ist egal wir werden uns eh wieder rausspielen das ist alles relativ easy ich hätte mir halt nur gehofft dass ich schon direkt selber komme naja mal gucken wie es wird gut wir spielen top kamel hat mir einfach gedacht nimmst einfach mal kamel kannst du dich jetzt mit falsch machen so kam es schön easy macht viel damage so ihr habt davor jetzt immer so hab davor aber ein bisschen kacke gebaut naja mal gucken wie es wird habe jetzt gar nicht nachgeguckt sind jetzt höchstwahrscheinlich in der silberregion angekommen und wir spielen gegen gewöhnen gegen riven wenn man gegen ihre fünf spielen ja mit jungen ist ja bitte da ja naja mal gucken unser support ist natürlich wieder fk ist natürlich richtig gut ja jetzt muss ich jetzt gut husten also support ist immer noch fk richtig gut oder hatte ich sie auch jetzt ist ja da ja läuft richtig gut da ist erstmal ein bisschen gold gemacht gut ja mal gucken wie es läuft so ich hoffe dass sie nicht allzu gut ist ja schlimmer ist natürlich jetzt nämlich natürlich hier auch aber ich habe das ohne schlafen okay ich soll in diesem ja ich bin 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 Tja ja, Revue-due Ah, jetzt hat sie ihre scheiß Sprünge aktiviert Einmal, zweimal Da kommt der dritter, da kommt der dritter Fuck Minions, 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 Minions Ah, Camille macht so viel Fun, Alter Die macht uns so viel Damage, das ist so schön Und mein Puls ist mal wieder richtig gut Ich frage mich, ob ich wieder Puls empfange Okay, da hat sie mich weggehauen Das war schlecht Hm, das war schlecht Was wird das? Aber was ich nicht weiß, ist, dass da hinten eine Watch steht Oh, das war knapp Angst, Potter Für das Gold, Mädel 22 zu 25 Okay Nein, sie programmt natürlich jetzt sie da Ja Ah, ist klar Fuck Ah, fuck Nächstes Mal könnte sie ihm ruhig hinterherlaufen Es wird mir auch viel mehr Achso Ah Oh Oh, alter Oh, alter Ist sie schon Level 6? Oh, oh, oh Oh Gott 40 ja top ist zu ende ist keine schwermachen die macht mir jetzt einfach weg ich habe noch nicht mal ulti gehabt er ist ja so leckerlich man muss mir immer so eine scheiße passieren die macht mir einfach unterm tower so die springen die anden es war uns spaß wo willst du hin bis sich ja mal in level 6 6 die schon level 7 läuft ja richtig gut für mich gegen riven man ist ein mittel zum zweck nachkommen ich kann erst mal nicht gegen die machen mein handy vibriert ge weg ja läuft richtig gut war ich bräuchte top auch hilfe ja komm mal da ach ja wie ich riven manes hasse richtig nice läuft ja richtig gut was habe ich denn hier für balken geduld den guten jäger vom toten ich mache ja nicht so lächerlich sie mal kriegt natürlich den kill es erhofft mir hier fahren zu klauen alter holt da macht ihr noch weiter dem farme ich habe nur 39 jetzt warum spaß da will die mir noch farm klauen ich glaube auch toll auf der immer noch richtig super und die schon wieder da ja ihr seid tot viel spaß kann sie halt auch nicht verhalten so wie soll ich das anstellen ich kann sie die feilen aber die anderen ja 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 das ob ich jetzt nicht getroffen mal ab ey, was ist das für ne scheiße oh vielleicht hätte ich mal mit deporten sollen, egal und tschüss hallo und tschüss ich komme wieder ja ok, ja vielleicht sollte ich mir mal Schuhe holen lol oh, die in den Trank reiten fuck ich kann da leider auch nichts machen so, die töten uns halt beide das ist einfach mein beruf macht ihr denn da jetzt? warum hat er denn jetzt nicht die Bot Tower gemacht? oh, alter so ein Idiot das haben wir für ein Drake, Claude Drake wow ok, jetzt ist eigentlich hier einnehmen nochmal ne, es geht nicht okay also das nein, ah, Mist oh Gott, das hört auf da nicht so krasser battle 's na ok hihihi Schwann w Läuft! Na, krieg nicht hin, Alter Ja, ist halt einfach viel zu strong gegen mich Fuck Also Fuck Alter, was ist mit dem Brave los, ey, holy shit Er wusste doch, dass Jenna Toplane ist Schön, Alter Oh, ich muss Toplane deathen Oh, fuck, ah, ist zu spät Tell me not Als ob das außerhalb der Scheißdienst ist, ey Wo ist überhaupt mein Schild? Warum wird das nicht aktiviert? Ihr könnt ja ober, aber trotzdem ein bisschen Hilfe brauchen Der Experte zeichnet sich durch Präzision aus Ich glaube hier nicht weiter Nicht einen Schritt Komm her wieder Ja, komm, Alter Kein ohne Sprache Das ist einfach so, so Camping vom Loop-like her, ey, holy shit Hm, ich warte bis die Camilda aus der Ecke kommt Hm, dann töd ich sie Ha, ja, da ist sie tot Ist ja schön Unbegreiflich sowas Und dann bekommt die die noch nicht mehr, alter whole shit Mann, was soll ich denn machen? Ich kann doch auch nur farmen Ich muss farmen Was sonst kann ich ja nicht machen Du solltest da jetzt vielleicht nicht so krass reinlaufen Richtig gut, weil Richtig gut Oh, geil, Alter Oh Hui Hahahaha Halt, halt Ja, da Läuuf Alter, holy shit, ey Ich komme grad total durcheinander hier mit den Knöpfen Eieieieie Läuuf Ob die mich da abgeblockt hat, ey, holy shit Ich kann ja nichts machen, tut mir leid Kann er nichts machen, tut mir leid Alter, was ist denn hier los? Holy shit, ey Okay Kommt gerade mega durcheinander hier mit allem Uh Angst schärft jede Klinge Unbegreiflich sowas, solche Leute hasse ich für die Pest, ey Ich spiele das Spiel nicht Ich spiele das Spiel nicht jetzt bist du doch doch nicht weil sie geht jetzt keine aussage kann ich nur weglaufen da ist kein Problem So, jetzt geht's los Jetzt tankt den doch nicht Ah, okay, somewhere alive Ja Oh, halt, nein Oh, hab ich gerade 100, achso Oh, okay Jetzt falken die da unten, Alter Die pushen unsere Mitte durch Ein T1 ist nur nicht so wichtig wie ein T2 Jetzt mal ohne Spaß Zumindest die Flash rausgebildet und den hier Glaube ich zumindest Tja Ha, die Jänner, Alter 1107 Die wird gewandshutted von der Das richtige Wort Dring tiefer Komm, Alter Vielleicht hätte ich nicht weglaufen sollen. Hm. Ah, okay. Ja, play safe. Hm. Ah, du bist tot. Keiner nugs vorhin? Oh, ja. 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 Markman SpielbergBR你要 Pêts 季 Alter hole shit tötet dich mit einem schlag so ja ich hole mir mal das in meinen protokoll findet sich kein mitleid hey nice ich habe immer noch viel 90 farm heißt richtig gut es wird nicht funktionieren Geh mal weg weg da aus der botlane oder oh shit komm hier mit da ja 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 Machen die jetzt die Ernsthaft Barren? Eizthaft Barren? Eizthaft Barren? oh ja ja das ist ganz schön aber ich habe mir das falsch geholt ich wollte mir das hier holen weil es mir mehr leben gibt das haben wir zumindest erst mal gemacht ja das ist schon mal etwas ich kann mittlerweile und nicht mehr so leicht geworden schaltet werden ist auch etwas das ist nicht so ihr macht das da lasst euch nur nicht töten für wen hältst du dich dass du mich aufhalten willst das ist super ich warte nur Boah ne, oh mein Gott, diese ganzen Scheißteile Komete reckt, alles weg Jetzt habe ich fertig, ich hole mir, äh, okay Rein theoretisch müsste ich die jetzt töten können, vielleicht Vielleicht Oh! 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 Schönes Game Ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch gewinnen Gut, ein Game gewonnen Oh, das freut mich ja richtig Mensch Ja, nice Wie Ich habe ein B erhalten 5, 9, 12 Ach ja Sichtwertung 38 Das hier noch so hoch gestiegen ist Holy shit Mann, Mann, Mann Nice Schönes Game Ein Sieg Ist das schon mal etwas? Gut, dann würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis dann, habt noch einen schönen Tag Und Tschüss Und Tschüss